Ich stelle mir jetzt mal wirklich vor, ich wäre mit meiner echten Mutter in der Disco. Ich glaube, das Erste, was die machen würde, das wäre, die würde erst mal lüften, oder? Was hat denn hier von, ne, boah, was ist aber hier keine gute Luft? Erst mal schön durchzug, dann alles abwischen, Stehtischen, Theke, ne, alles abwischen, Aschenbecher leer machen, Klofrau kann nach Hause gehen, dann wird die draußen in die Schlange gehen, wird den Mädchen alles so eine Jacke geben, Hier hast kein Unterhemd an, zieh mal an hier. Für die Jungs hat die dann auch so eine Tupperdose dabei mit so Apfelspalten, ne, hier ist ohne Schale, mit Schale oder ohne Schale, habe ich alles dabei. Und wenn meine Mutter tanzt, wenn sie tanzt, dann nur, weil das gemacht werden muss. Weil bei meiner Mutter, sie tanzen immer aus wie Arbeit. Wenn meine Mutter tanzt, dann ist das so, das muss jetzt hier gemacht werden, komm, das muss jetzt hier, komm, das muss auch noch weggetanzt werden hier, komm. Und dann kurz, fünf Minuten, Päuschen, ne, Kaffee trinken, alle Gläser einsammeln, wegspülen.